Herzlich willkommen zu dem Jubiläum von dem Let's Play von Social Empires. Ja, wir feiern jetzt die 200. Folge von Social Empires. Ja, so lange ist es schon her. Vor 200 Folgen habe ich angefangen. Und so viel habe ich jetzt schon von dem Spiel gedreht. Ja, also könnt ihr das euch noch vorstellen. Auf dem alten Kanal, da gab es Videos von Social Empires. Die hatten 75.000 auf, wo voll viele über 10.000 und so. Und wow, mit Social Empires habe ich auf dem alten Kanal echt viel erreichen können. Hier leider irgendwie nicht so viel. Wobei doch, das erste Video, also das meistgesehenste, ist auch auf 10.000. Das ist von Social Empires. Das ist der neue Lock-in-Bonus, aber ich finde es irgendwie peinlich, weil da der Sound noch nicht so toll war wie jetzt. Und ja, ich würde jetzt ganz gerne in der heutigen Folge dann mal, naja, ich weiß nicht, was ich so Besonderes machen soll. Aber ich würde den Wind Extreme Dragon gerne forschen. Das ist ja ein besonderer Drache. Nein, ich möchte keine Quest starten. Nein, ich möchte nicht. Nein, 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 nein. Wir gehen zu einer anderen Quest. Und zwar gehen wir jetzt zu der Insel, auf der wir immer unsere Drachenvorstellungen drehen. Ach ja, Social Empires ist jetzt auf der Version 1.4, immer noch in der Beta. Wisst ihr noch damals, da war das, also wie das damals aussah? Ja, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das noch wisst. Ähm, da gab es das ja auch mit den Türmen und so. Naja, dann haben wir hier unsere Insel, die wir immer für, ähm, für Drachenvorstellungen benutzen. Und dann würde ich ganz gerne den Drachen rauspicken, den wir jetzt vorstellen wollen. Aber erstmal sollte man den zunächst natürlich suchen, wenn ich den mal finden würde. Ah ja, hier ist er, hier ist er. Seht ihr den dort? Da haben wir den Wind Extreme Dragon Rider. Ähm, nein. Hallo, wo ist denn der? Der ist dort. Ach man, du sollst mitkommen. Mein Gott. So, wenn du da, gehst dorthin. Dorthin. Verstanden? Verstanden. Was ist verstanden? Ich sehe nicht, dass sich was bewegt, aber, ja, dann akzeptieren wir das einfach mal. Ja, ich glaube doch, es bewegt sich was. Nein, ich möchte keine Requests senden. Nein. Aber, äh, kommt da irgendwie was? Ich sehe nix. Ich sehe nix. Wir warten einfach mal. Doch, da kommt etwas. So ganz langsam, aber sicher, kommt dort doch etwas. Das ist übrigens der Grund, warum ich Social Empires nicht mehr so oft mache, weil, man braucht immer Jahre, bis so ein Viecher ausrückt. Ich glaube, ich mache dieses, wo ich in Social Empires wieder neu angefangen habe, öfter, weil, äh, dort braucht man nicht immer Jahre, bis so ein Viecher ankommt. Und deswegen, ähm, macht die Drachenvorstellung auch immer so alleine, so, weil, wenn man die Viecher nur alleine im Bildschirm hat, dann ist es, dann sind sie irgendwie schneller. Dann sind sie so auf einmal, als ob sie Hyperspeed gekriegt hätten. Wahrscheinlich war das dann nicht alles laden muss, weil das ja online ist. Und, wie ihr wisst, ist das Online immer ein Problem, wenn man dann halt Server hat, ähm, die dann halt so ein bisschen komisch sind und, äh, nicht so von großen Betreibern sind, wie Ubisoft oder EA oder so. Und dann von ganz kleinen Firmen wie Social Point, dann kann es auch mal passieren, dass man halt irgendwie sowas hat, äh, wie hier jetzt. Aber, jetzt können wir den Drachen schön alleine einfach mal so machen. Und dann gibt's die Attack, äh, Megaslash, äh, ja Megaslash, das macht die. Was die macht, das sehen wir jetzt. Oh, die schleudert, nee, hä? Achso, die schleudert hier so, die macht so zwei, nee, Wirbelwinde. Wirbelwindminion, ah, geil, also, das ist doch mal geil, also, die macht Wirbelwindminions, die dann halt dort angreifen. Naja, macht die mal schnell tot hier. Ich möchte weiterreden, weiter tanken machen. Dann seht ihr das. Macht doch mal. Und dann haben wir noch die Godminions, die Godminions, oder Gott, oder wie auch immer. Das sind halt die kleinen Minions von dem Drachen. Und, naja, falls ihr ich einfach unverbesserlich kennt, wisst ihr ja, was ein Minion ist, oder? Oder wisst ihr es nicht? Das sind halt diese kleinen Viecher. Bei ich einfach unverbesserlich waren es diese kleinen gelben Viecher. Hier sind es kleine blaue Viecher. Aber insgesamt sind es doch immer kleine, irgendwas farbige Viecher. Oder nicht? Oder irre ich mich da? Also, oder wisst ihr eine andere Definition von Minion? Ja, Minion. Aber guck mal, jetzt ist das Ganze schon sehr, sehr flüssig. Viel flüssiger als gerade. Ähm, deswegen finde ich das mit den ganzen Drachen auch irgendwie ein bisschen übertrieben, wenn man das jetzt so mal sagt. Ähm, die Pinguine brauche ich auch nicht zum Angreifen. Also, ne, die brauche ich nicht. Mit denen greife ich nicht an. Aus einem einfachen Grund, weil, Pinguine, angreifen, näh, näh, Pinguine sind schlecht. Ähm, haben die hier irgendwie die Quests verändert? Äh, haben sie die verändert? Ich finde die, ja, hier waren noch, hier waren früher, äh, andere Gegner, muss ich sagen. Oder? Die haben die Quests verändert. Weil, früher standen da immer nur vier Dinger rum. Und, äh, zum Beispiel hier vier Wartrolle. Und, jetzt stehen da hier voll viele rum. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also, das ist neu. Anscheinend haben sie doch ein bisschen an dem Spiel rumgetüftelt. Naja, das ist doch schön zu sehen, äh, wenn der Entwickler dann doch mal an dem Spiel etwas macht. Und, und da kämpfen sie auch schon hier. Oh Gott, oh Gott, die kämpfen. Ah, ja, ja. So, dann kämpf doch mal. haben wir, haben wir hier Drecki-Verlust? Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch mehr, ähm, Dreckis, äh, die wir als Minion bezeichnen. Ja, wir bezeichnen das als Minion. Wir sind hier hier nicht beim Minion Rush, aber, äh, so ist es hier. Minion Rush könnte man auch let's playen, aber, nein, Minion Rush let's playen, das wäre es. ja, außerdem ist es ein Handy-Spiel, das let's playt man nicht. Also, ja, gut, dann greifen wir doch den Giant Yeti an. Der ist ja auch, ja, würde man sagen. Ähm, kann der ja da drüber fliegen? Ich glaube nicht, aber, vielleicht haben sie ja was geändert. Ne, ich dachte jetzt, das wäre jetzt sehr verwunderlich, wenn die das geändert hätten. Sehr, sehr verwunderlich. Nein, ihr könnt ja erstmal ein bisschen weggehen, weil ich möchte ganz gerne meine Attacken demonstrieren. Und, ja, also, ich glaube nicht, dass man das dann machen kann. Nein, geh doch mal näher dran. Ich möchte, dass du ganz nah mit dem Yeti rumkuschelst. Ja, komm. Und dann macht man halt die Attacke Ultra Fireball. Und diese Attacke, die macht so ein, die macht halt ganz viele Feuerbälle. Und hier sieht man das auch. Der kriegt 200 Schaden, nochmal 200. Das ist natürlich extrem gut. Jetzt hüpft da wie so ein Flummi durch die Gegend. Wir sind hier aber nicht beim Flummi spielen. Oder beim irgendwas Ball spielen. Jetzt machen wir noch die Attacke Hyperwildwind. äh, ja, der Wirbelwind. Das ist seine Attacke. Ah, die macht aber nicht so viel Schaden. 79, 51. Aber naja, das summiert sich jetzt noch, das Ganze. 78. Also, das hat sich ja summiert. Oder? Und dann gibt's noch die Limit-Attacke. Mal gucken, was die dann so macht. Ähm, da bin ich ja mal gespannt. Oh, was macht das denn? Boah, krass. Krass, das ist, das war jetzt aber krass. Ähm, wie viel Leben hat er denn noch? Wie viel Leben hat er denn? 13? Hä? Hä hä hä? Äh, dann noch, ne, achso, ich dachte, du kannst es jetzt nochmal machen. Wir machen nochmal den Mega-Slash. Uuui, ich finde, ich finde den Mega-Slash ja so geil. Wegen den Wirbelwind noch. Ich finde die schön. Das ist eine schön gemachte Attacke, muss ich sagen. 17 Schaden, 17 Schaden, wer macht denn da 17 Schaden? Das ist aber wenig. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Naja, 10.000 Labben hat er noch. Von daher müssen wir ja noch ein bisschen draufhauen, draufkloppen. Äh, was man so mit so einem Yeti einfach so macht. Ja. So, nochmal draufhauen mit den Wirbelstürmen. Die machen aber nicht viel Schaden, wie ich sehe. Das ist nicht so toll. Aber na gut, dann, aber die anderen kloppen sie ja weg. Gut, dann haben, wir haben ja jetzt hier kleine Yeti Juniors und, äh, yes, diese, ähm, die machen einfach irgendwas. Ich weiß nicht was. Hier haben wir den Ultra-Fireball, den können wir jetzt gut einsetzen, weil er ja mehrere trifft anscheinend. Ach, aber, okay, da hat er auch eingeschlagen beim Yeti Junior. Das ist gut. 204 Schaden, hat er gemacht. Das ist auch gut. Und dann machen wir nochmal die Limit-Attacke. Ach, scheiße. Scheiße, die ist nur bei mir. Nein. Äh, da habe ich jetzt was verpennt. Da machen wir nochmal den Ultra-Fireball. Äh, Fireball, komm, komm, der macht's, der macht's, der bringt's. Ganz ehrlich, der bringt's. Oh, hier sind ja wieder neue gespawnt und, ja, sind sie auch direkt hier reingelaufen. Zwei Siege haben wir anscheinend. Keinen Truppen verloren. Circa 2000 Gold haben wir erbeutet. Irgendwie alles nicht so viel, wenn ich das hier so lese. Das ist nicht so viel. Oder? Ne, das ist nix. Das ist gar nix. Was man hier immer so an Gold erbeutet, ist wirklich voll die Verarsche. Damals war das ja noch was. Oh Gott, wisst ihr noch meine Videos damals? Da gab's ja richtig viel zu entdecken. Also, das war viel, viel besser. Deswegen, da gab's dann 50, 60 Folgen, auch nur mit diesen Dorfquests hier drumherum. Aber die haben sie ja abgeschafft, leider. Die waren immer so schön spannend und dann haben sie die einfach mal kurzerhand rausgenommen. Ja, das ist voll scheiße. Ähm, ab welcher Folge waren die denn weg? Ich glaub so ab der 150. waren die nicht mehr da. 100. waren die auch. Deswegen, was ist das denn? Dragons Exclusive Pack. Das ist nochmal hier das Dragons Exclusive Pack. Darüber hab ich ja auch mal ein Video gedreht. Hier gibt's so viele Drachen in dem Pack. Boah. Damals hätte man einen Electric Extreme Dragon in so einem, ja, kaufen können. Das war mein erster Drache, den ich mir hier gekauft hatte. Aber, naja, da ist es auch schon, weiß ich nicht, wie viele Folgen zurück. Und, dann würde ich einfach mal sagen, das war die 200. Folge von Let's Play Social Empires. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und, wenn sie euch gefallen hat, sehen wir uns natürlich wieder im nächsten Video wieder. wenn sie euch gefallen hat, wie mir läuft, dann geht es auch noch, Tschüss. Vielen Dank.